Die Tempelchurch Sie werden sie beschützen. Sie ist für Höheres bestimmt. Die Tempelchurch Sie werden sie auch erreichen? Wir werden zu Fuß gehen. Die Flüchtlinge? Sind alle in Sicherheit. Gut. Diese zwei sind die letzten. Folge ihr. Sie wird dich zur Kirche begleiten. Nein! Die Tempelchurch ist gleich hinter diesen Gebäuden. Nein! Du darfst nicht gehen! Du darfst mich nicht verlassen! Jessica! Jessica! Hör mir zu! Du musst jetzt mit Lyra gehen. Wo ich hingehe, kannst du nicht mitkommen. Eines Tages wirst du verstehen. Lass uns gehen, Jessica. Ich liebe dich, Jessica. Für die Leben, der Zürich! Für die Schlau! Ja! Schnell, der Gang muss versiegelt werden. Lass meine Hand nicht los. Wartet! Dämonen! Lauft! Wir geben euch Deckung! Der Weg ist frei! Schnell in die Kirche! Lauft! Komm schon! Wir sind gleich da! Lauf weiter! Schnell, Jessica! Lauf weiter! Lauf! Lauf! Laira! Jessica! Laira! Jessica, weiter! Drück den Knauf! Lauf weg! Nein, ich bleib bei dir! Versprochen! Woah! Für die Lebenden! Laira! Und noch bevor der Tag zu Ende ging, hatten die Diener der Hölle die Welt ins Chaos gestürzt. Mein Großvater führte den Gegenangriff gegen die Dämonen, obwohl er wusste, dass seine Armee von Templern nicht die kleinste Chance haben würde. Doch dank ihm konnten wir uns verstecken und vorbereiten. Gedenkt der Toten! Ja. Aber kämpft für die Lebenden! No! Töne! Terra! Töne! Ja. Töne! Töne! Töne!